ich lade dich ein dass du nun für die nächsten 20 25 minuten eine position einnimmst in der du dich vollkommen wohl fühlst in der du dich vollkommen entspannen kannst und du kannst deine augen sanft schließen wenn du möchtest und folge ganz entspannt meinen worten die dich immer mehr in die leichtigkeit führen werden machst du einfach gemütlich und lausche meinen worten werde dir nun deines atems gewahr atmet tief ein und aus und entspann dich ab jetzt immer mehr in diesen moment hinein es ist an der zeit dass du dich selbst erkennst und dich von all deinen blockaden löst entspann dich vollkommen in den moment hinein es ist an der zeit dass du die wirklichkeit in dir entdeckst dass du über alle konzepte über alle ideen über alle gedanken hinaus gehst du kommst jetzt immer mehr in deinen friedlichen kraftvollen lebendigen seins zustand ganz gleich was jetzt in dir erscheint ganz gleich welche gedanken welche gefühle und auch welche körperempfindungen du wahrnehmen kannst dass all das vollkommen unberührt einfach da sein mach keine geschichte draus sondern nimm einfach nur wahr was jetzt in dir erscheint nimm deine inneren bewegungen einfach nur wahr kreif sie nicht an dass sie da sein richte deine aufmerksamkeit nun in den innenraum deines kopfes richte deine aufmerksamkeit in den innenraum deines kopfes werde diesen innenraum vollkommen gewahr richte die aufmerksamkeit in den innenraum deines kopfes dieser raum ist eins mit dem gegenwärtigen moment nimm den innenraum wahr richte deine aufmerksamkeit in den kopf und sei bewusst richte deine aufmerksamkeit in den innenraum deines kopfes richte deine aufmerksamkeit in den innenraum deines kopfes erkennst du diesen raum in den innenraum jenseits deiner gedanken erkennst du diese dimension jenseits deiner gedanken fühle komplett in diesen raum innen fühle hinein fühle hinein wird eine aufmerksamkeit in diesen raum Kannst du die Energie dieses Raumes spüren? Lass diesen Raum immer weiter werden. Dehne diesen Raum durch dein Gewahrsein immer mehr aus. Diese Dimension bringt dich jenseits deiner persönlichen Herausforderungen. Fühle das unendliche Volumen dieses Raumes. Fühle wie sich dieser Raum immer weiter ausdehnt. Fühle wie sich dieser Raum immer weiter ausdehnt. Richte nach wie vor deine Aufmerksamkeit in den Innenraum deines Kopfes. Richte nach wie vor deine Aufmerksamkeit. Richte nach wie vor deine Aufmerksamkeit. Ab nun wird es dir immer leichter gelingen, allem gewahr zu sein. Durch reine, neutrale Beobachtung. Durch Beobachtung erkennst du dich selbst. Durch Beobachtung erfährst du deine wahre Natur, deine wahre Dimension, dein ewiges Sein. Durch Griffen mit deinem Leben und deinem Leben, deinem Leben und deinem Leben sind live ist. Prayer wird es dir immer wieder beobachten. Sei vollkommen bewusst. sei einfach bewusst was in dir geschieht das ist wahre selbsterforschung diese innere haltung bringt deinen innen wohnenden freien diese innere haltung bringt dir all das was du dir wünscht frieden freiheit selbstliebe glückseligkeit leichtigkeit sei dir allem bewusst als alles unberührt dass alles unberührt und beobachte beobachte und erlaube dem raum immer größer zu werden immer größer und weiter zu werden so Amen. Erfahre, dass sich dieser Raum immer mehr einnimmt. Erfahre, dass dieser Raum keiner Grenze unterliegt, keiner Trennung unterliegt. Dieser Raum ist die Unendlichkeit. Beobachte und lass alles unberührt. Bring deine Energie weiterhin durch Aufmerksamkeit in diesen unendlichen Raum und erkenne, dass dieser grenzenlos ist, dass dieser keiner Trennung unterliegt. Verschmilz mit diesem Raum. Werde eins mit diesem Raum. Werde eins mit diesem Raum. Werde eins mit diesem Raum. Gehe über deine Gedanken hinaus. Gehe über deine Konzepte, über deine Pläne hinaus, indem du beobachtest, indem du alles unberührt lässt. Lass diesen unendlichen Raum dein gesamtes Wesen einnehmen. Lass dich umhüllen von diesem Raum. Fühle immer mehr in diesen Raum hinein. Dann bist du eins mit diesem Raum. Gehe über deine Gedanken. 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 Fühle immer mehr in diesen Raum hinein und du erkennst automatisch deinen friedlichen ewigen Seinszustand. Du erkennst so dein wahres Selbst, deine wahre Natur, deinen wahren Wesenskern. Öffne dich für alles, was in dir scheint. Öffne dich, dass du dein wahres Sein erkennst. Alles ist gut, wie es ist. Für deinen inneren Frieden muss sich nichts ändern. Sei einfach. Einfach nur sein. Verweilen. 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 Ab jetzt. In diesem friedlichen Seinsraum. Verweilen. In deiner warmen Seinsnatur. In deiner warmen Seinsraum. bleibe ab jetzt in diesem gefühl der weite in diesem gefühl der freiheit in diesem gefühl deines inneren friedens so erkennst du immer mehr wer du wirklich bist reines bewusstsein du kennst immer mehr was dein wahres wesen ist reines bewusstsein du bist reines unsterbliches bewusstsein sei einfach der beobachter von allem was geschieht das ist der weg zu erkennen was du wirklich bist verweile als der neutrale beobachter sei hier und beobachter ohne erwartungen beobachte sei bewusst was geschieht sei einfach bewusst sei einfach einfach sei jetzt einfach sein jetzt so 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 Öffne langsam deine Augen und nimm noch einen tiefen Atemzug, wann immer du soweit bist. Nimm ab jetzt dieses grenzenlose Gefühl. Der Weite, der Leichtigkeit, des Friedens immer mehr auch in deinem Alltagsbewusstsein wahr. Denn das ist dein wahrer Seinszustand. 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 Das ist dein wahrer Seinszustand.